Hallo und herzlich Willkommen zu Engage the League Spieltag 2. Ich, Panna, bin heute euer Stargast und mir wurde die Ehre total die Anmoderation zu machen. Heute engagen wir in die Zunno League und die Engagenden sind die Koolerei und der Keksandern. Sag mal Hallo. Hallo. Das kann Hardy besser. Egal, lasst uns loslegen. Shadow sagt dann, wann es losgeht. Ihr kennt die Regeln alle und Shadow sagt dann, weil er Zeit stoppt, wann es losgeht. Ray? Oh, sorry. Ich hab gedacht, dann wäre es so. 3, 2, 1, go. Los, Mädels. Achso, Ray, hast du die Animationen noch an? Chill, P, chillig. Äh. Äh. Professionell ist er jetzt schon. So. Na klar. Cool. Ähm. Kann man sich in der Channel nicht auch direkt die Attacken zeigen lassen? Nein. Drück A. Kannst du in den Bericht gehen, zu den Attacken gehen und dann einfach mal runter zum nächsten Pokémon gehen? Ja. Ja. Also, so wie du es in... Okay. Okay. ... oder so gemacht hast. Hm. 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 Machst du Ray, ich mach Sandern? Äh, ich... Wolltest du mir heute mal beide machen? Warum ist der wieder da? Warum ist der wieder da? Ja. Ja, da hat sich Paner... Er fragt Paner sich die Mons von Rayov und ich mir von Sandern. Also nochmal zur Anmerkung, die äh... Levels sind alle so, wie sie sein sollten. Ja. Ja. Dann warum? Ja, ich hab einen Pink. Sorry. Dann warum? Hier und hier. Was? Ich glaub, das ist nicht das Einzigste. Ähm, Sandern, hast du die Animation an? Ja. Ja. Gut. Gut. Sagst du jetzt wieder warum? Äh, Kraftreserven. Die Kraftreserven werden wir euch nicht mehr sagen. Hä? Weil... Weil... Soll ich dir einen Tipp geben, Sandi? Ja. Dem, den ihr es ausprobiert. Danke. Wenn sie... Jo, Alter, wer ist er denn? Jo, Bauchtrommel. Jo, wer ist er denn, Alter? Ja, Shadow, willst du nicht auch irgendwas sagen? Äh, unser Stargast sagt ja nix. Ja, Männer. Wir müssen dir irgendwie die Zeit rumkriegen, während die hier sich was auswählen. Genau. Jungs. Mädels. Sunderns. Wir müssen irgendwas machen. Ähm... Ja, wenn das Pokémon, was ich dir eben geschrieben hab, wenn ich nicht gebickt wird, dann weiß ich auch nicht, was ich mitnehmen. Ja, die werden das nicht mitnehmen. Sag ich dir sowas von. Der doofen Schwitzname von dem Pokémon ist übrigens von mir. Ja. Also, wer griffe die Legende nicht mitnehmen, weiß ich auch nicht, was weiß ich mit dem ist. Der ist Level 100, ja. Also, ich weiß, äh... Ich hab's nicht mitgenommen. Ich hab's nicht mitgenommen, hallo. Alter. Ich will nur noch mal anmerken, Sandy und Hali haben echt Liebe für solche Trash-Mods. Aber Sandmann hat's gar nie mitgenommen, also... Ah, du weißt, was ich meine, Heddo. Ich will nicht was anderes als Schaufler haben, als Bodenattacke immer. Nö. Lebt bloß. Alter. Schaufler wirst du nicht getroffen, Alter. Hanna, hast du ihn gesehen? Was? Guck mal bei Ray auf dem Screen. Was da für ein Pokémon fehlt. Oh, insane. Insane. Sag ich doch, cool. Ich hab grad's Chlo-Broben mit Bauchtraumen ist auch geschlossen. Ja. Ihr wisst gar nicht, wie gerne ich gerade raustappen möchte und gucken, was sie genommen hat. Dann, dann. Nimm also den Cheatcode, sondern von Ray drin. Also... Da. Oh. 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 Wenn die halt sich nicht lieben. Oh. Oh. Wer ist er denn, Alter? Oh. Oh. Der ist... Der ist wild. Ja. Äh. Wie viele Leasinger jetzt hast du nochmal jeder? Hm? Die haben wir natürlich auch. Achso. Ah, okay. Stimmt. Ist ja kein Mass-Lot. Ist ja kein Mass-Lot. Wenn du wissen willst, dass der verwesen ist, der ist Element. Warum ist der hier so abseits? Darf man den nicht nehmen oder wieso? Doch. Mach du. Du das alles nehmt, der ist so abseits, weil... Nimm Slowbro, der ist okay. Ey Panan. Ja? Ich weiß, dass du das ironisch meinst, aber glaub mir, so scheiße ist. Ja, also... Wenn er regeneriert hat, sind wir da vielleicht okay, aber... Hm, der kann nicht getaundet werden. Das ist auch okay. Aber er hat... Welcher von den Top 4 benutzt Thorns? Wir haben grad Fragen. Irgendeiner bestimmt. Zweifelig. Die checken doch gefühlt alle nur. Hm? Ja. Und Ray hat auch Liebe für Trash-Monts. Yay! Apropos Ray, sag mal bitte was. Ich hätte das jetzt aber auch genommen, was Ray genommen hätte. Das ist, glaub ich, echt ziemlich gut sogar. Ich... ich nehm's... Wegen einem Grund mit und das werde die dann noch sehen. Ja, jetzt hab ich... Cool. Hast du gut gemacht, Sander. Ey, so... Sander kommt wieder... Sehr gut wieder, ist ja rum, klar? Sander hat 0-Monts, Ray hat schon 4. Sander, die Zeit läuft, ne? Warte mal... Äh... Was machst du gut, Sander? Oh, jetzt... Jetzt gespeedet. Njong. Oha! War das so schnell! Die Anzeige ist raus. Alle hätten Speedkraft benutzt. 6-0 für Ray. Warte, was? Was überlegst du dir grad bei dem Mon, Sandy? Er überlegt sich, ob das gut aussieht oder nicht. Vor allem, dass sich die Aztacken anschaut. Also... Eigentlich... Kann man den noch mitnehmen. Also... Jetzt fällt grad wirklich das Mon mit. Okay, cool. Kannst alles mitnehmen, Sander. Oh. Und schon wieder, HL. Shadow. Und schon wieder. Werden die nicht mitgenommen. Na... Doch. Das ist so schwierig, dass man jetzt nicht über diesen Mon reden kann, die hier gerade noch mitnimmt. Und erst gleich, dass man erst gleich über dir mit kann. Ja, ja. Ähm... Übrigens noch mal die Erwähnung bei den Items. Manche Altes machen die Mon auch. Manche stärker. Manche Altes sind aber auch einfach nur useless. Und den ETA dürfte gratis mitnehmen. Ich hab's dir gesagt, pack doch ein ETA rein, dass man sich das als Item raussuchen kann. Und dann selber denkt ich so... Wir schmeißen damit durch die Gegend. Ja, aber... Ja. Amin, ich hab' den nicht benutzt. Ich hab' den nicht mal mitgenommen. Amin, ich weiß nicht, ob Adi und Vukari den auch benutzt? Ah, ich hab's beinahm' den auch nicht benutzt, also von daher... Ich hab' den nicht benutzt. 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 Oh, man. Das ist die richtige Entscheidung getroffen, Sandy. Nee. Abarmend. Ihr wisst, wenn da eben das Mon nicht nehmt, dann kommt das auch zum dritten Mal dann in Gen 5 nochmal. Junge. Ach, bitte. Lass' es doch einfach. Keiner wird ein Scheißgriffe. Jetzt level 100. Ja, aber auch Peter. Ja, Peter wurde gestern mitgenommen. Wie war das? Ist das hier ein Stahlgeist immer? Ja, macht's. Ja. Hat der... Wir sind aber ziemlich stark erreicht im Sowei. Ihr wird schwimmen. Ja, sind das. Es läuft grad die Musik so, während die hier grad am Strugglen sind. Sandy, btw, nimm mal das C-Mops raus. Das ist kein Pokémon, was du mitnehmen darfst. Da darfst du nicht Fliegen einsetzen. Was? Ja, stopp's einfach in irgendeine Box. Und es ist weg. Ich finde, ich läuft hier nur bloß die Monster aus der ersten Box mitnehmen, und aus der zweiten Box mit die Items. Die ersten Boxen sind für euch tabu. Oh, warte mal. Oh nein, Sandra. Ich wusste nicht, wenn das hier in der Box existiert. Oh, warte mal. Ah, jo. Da gehen wir rein. Hast du dir eins, die haben uns mitgenommen, Sandra? Die Reihen sind gewonnen. Punkt. Ähm. Glaub ich dir sofort, ey. Ja, dann kann ich dir gehen. Der ist irgendwie auch gut halt, ne? So. Also ich find's nice, wenn jemand Ninjas mitnehmen würde und auf Speedboost einfach geht. Das ist dann einfach flash. Junge, warum mit... Ich bin übel... Äh, also ist Ray eigentlich schon durch mit Pokémon Auswahl? Mhm. Ich seh's bei den Leuten. Ja, seit 10 Minuten steht sie bei den Einheiten. Ich fühl mich mit der übelste Legi in Up, aber okay. Name ist Programm. Genau. Ähm. Deswegen machen wir jetzt die Tier. Gut. Äh. Ja. Hahaha. Oh nein. Gut. Kann das alles Stream von Ray nicht mehr funktionieren? Ray? Äh, was? Bei welcher... Wie sieht's grad bei dir aus? Bist du immer noch beim Leben Up? Nein. Nein. Ja, dann funktioniert er nicht, ne? Yay. Äh, ich mach mal weiter, ne? Ähm. Moment. Es hat mir kurz die Zeit pausieren. Darf ich denn weiter? Nein, darfst du dann wiederum nicht. Gut, dann hab ich nochmal Zeit. Also, dann darf ich B drücken, um auf die Box zurückzukommen, um zu überlegen. Ah, nee, es geht. Jetzt geht es rein. Ja. Jetzt geht es rein wieder. Jetzt geht es rein wieder. Also darfst du ruhig jetzt machen, was immer du willst. Ja. Ja. Ähm. Ich glaub du, Karin freut sich bestimmt über das Einwand des Ray mitgenommen. Ähm. Ähm. Ich glaub du, Karin freut sich bestimmt über das Einwand des Ray mitgenommen. Ja. Bestimmt. Hm. Wieder auf allem. Ähm. 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 Was? Der ist doch eigentlich. Hm. Und ja, ob er kann eventuell gut sein. Ja. Niemand weiß es. Hm. Ähm. Dass ich nur auf die Top 4 und gar nicht aus Sintia geguckt hab. Bei du. Hast du gut gemacht. Sintia, das kennt man doch. Ja. Schon. Aber. Ich hab halt du drauf geachtet. Ja. Habe ich auch nicht. Ja. Das sieht machbar aus. Das sieht machbar aus. Das sieht machbar aus. Ja. Ähm. Hm. Sondern für dich mal als Anmerkung. Er ist gleich schon mal den Alters durch, ne? Hm. Okay. Was haben wir denn hier? Ach so, ich bringe mich doch als Anmerkung. Ihr habt noch 57 1,5 Minuten. Ja. Ähm. Sag mal Pan, hast du schon mal, ähm, äh, äh, die Vierte Gen durchgespielt? Ähm. Die Vierte Gen ist glaub ich die Gen, die ich bisher am meisten durchgespielt hab. Die Vierte Gen, da hab ich gespielt. Wer ist er denn hier unten? Ja, äh, das Item darfst du dir einfach so für, for free nehmen. Ähm. Also, Pokémon, äh, Perl war das erste Pokémon, das ich, äh, jedes gespielt hab. Aber ich glaub nicht 8, weil dann hab ich theoretisch einfach alle Items in meinem Beutel tun und dann verteilen. Nein, darfst du nicht. Ach, fuck. Du darfst nur 6 auswählen. Ach, shit. Du darfst nur 6 auswählen. Du darfst die dann aber unter dem Pokémon untern... ...einander wiederum austauschen. Da kann ich auch Items bewegen. Ne, dafür muss ich... Ne. 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 Das musst du wieder rausgehen und... Ne, eigentlich nicht. Genau. Zu meinem ersten Perl-Durchgang, da hab ich auch, äh, Printfarr gepickt und, äh, wisst ihr wie ich's genannt hab, weil ich einfach nur weiter wollte. Ich hab's aber fragenehm. Ich hab's aber fragenehm. Ich hab jetzt fragenehm. Ich hab jetzt fragenehm. Und das erste, ja. Wie's geht man jetzt aber? Ja. Ich hab's gesagt, nicht so wissen, wo man's speichert. Also von daher... Ja. Wann hab ich das geschafft gehabt? Ne, ich glaub ich hatte irgendwie so... Zweimal Hydro... Also ich hab halt mit Oras angefangen. Ich hab dann so zweimal Hydro-Pied, zweimal Geck-Abo, einmal Flemmling. Bei Flemmling wusste ich da, wie man's speichert. Ja, ja. Da hast du sogar den richtigen Schlatter gemacht. Family ist der Beste von den beiden. Aber wir sind zwar alle in Zähnen, aber... Oh. Wenn ich Skeptik glaub damals am meisten gemacht habe. Aber naja. Let's go! Und Ray geht übrigens rein. Oh. Ray hat noch... Ray hat's gekauft. Ja, ich hab's eigentlich gekauft. Achso, okay. Mh, das Ray ist, äh, fordern Avatar. Jaaaa. Mh, lern uns noch beim Items aussuchen. Jaaa, weil ich letztes Mal auch. Ich letztes Mal war mir nur unentschieden. Spoiler, yeah. Äh, 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 hast du gut gemacht, Sandra. Jaaa. Wie viktorier das bei Edi-Punkte sehen wird. Ey, ey, ey. Okay. Ja, gut. Schaut aus die Letztfolge an. Genau. Die ist super geworden, I guess. Und es geht los bei Ray. Boah. Ja. Da, 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 da. Das muss man ja gut streamen anmachen. Ah, ich hab ja. Live-Office eigentlich gar nicht. Das ist ja ein Mega, das hat sogar Yuta. Das ist das einzige Mal, was irgendwie ausgerechnet wird. So, das ist überhaupt ein Momentum unfassbar. Glaube ich in der Top 4. Ja, ja. Weil ich würde es halt. Und, ja. Beto-Betting. Da wird uns gay. Punkt. Ja, das ist ein ziemlicher Zeitfresser auf jeden Fall. Die damit sie... Mh, es wird nicht zum Zeitfresser werden. Warte, was macht Siegesang nochmal? Äh, wenn du Damage machst. Wenn du Damage machst, heilst du dich. Ah. Je nachdem, wie viel Damage du dir gemacht hast. Da kommt's gut, tschüss. Hui. Tschüss. Mh, 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 mh. Damage ist nicht mal, oder? Ja. Ja. Na gut, Ily Votek hat ne Base-Dev von 67 oder so, also. Ja, stimmt. Und dann ist Web. Und, ja. Tschüss. Bei welcher muss ich einkaufen? Bei der Linken. Jo, die gibt's! Ich kann nicht einkaufen, aber... Ob dir das soviel hilft? Äh, ich darf alles... Weil, äh, ist irgendwann dabei, wo ich... Keinen Übertrag. Also, wo ich höher als Übertrag brauche. Oh. Keine Ahnung, Sona. Ich hab mir nur Sona, aber... Es, Amanda, ich hab hier Top-Trecke geholt. Kann mir halt nur hier vorstellen, oder sonst... Oh ja. ja aber ich würde sich trotzdem nur überträgiert er habe nur überträgt ich habe die beile habe ich nicht einmal benutzt es war super ist man wirklich nicht sterben das war viel schaden ja ja das was ich bin ehrlich ja ist wie weit wie war ist ein starkes pokémon ja gut er ist ja drei level drüber oder 2 ja ich kann ich sag mal so ich habe es geschafft in der von 36 minuten durchzukommen ohne zu spüten also ja wir haben ja ja mir eine stunde zehn zeit also von daher figurieren das bei hd blucario relativ knapp war am ende aber ja ich habe mir so weil wenn ich war ja spoiler mit spielerkeit auch soweit hinten prozent die er geht jetzt rein und ja in den geld wollt ihr jetzt dann noch wissen welche pokémon der jeweils andere mitgenommen hat sondern hat mit ihr wollte jugia daemon die hexe new und uhrsaring und drei hatte mit ronson schämen sie tun er wollte er und und vergessen alt für die und die hexe doch mal also ich bin ehrlich warum habt ihr kein hunderter man mitgenommen ja das haben wir dafür werden sein gewesen wollte noch wissen was wir machte also als ob der mit einem kp gehirrt hat und haben wir noch wissen was wir mit hatten was wir haben moment banken hatte mit wo ist man die das banki moment da hatte schon mit anbieter titel ursaring lamos und die leute ich ich glaube es mitgenommen ist damals durchgegangen und einmal fast durchgegangen und moment ich hatte mit langsam als auf das 1 wahrscheinlich geht das kohle sondern das kostet alles zeit überlegt nicht dann dann hör auf zu kalten betrag mich halt nur was wir überlegen er hat immer noch ein scheiß nie ja was alles hängt zur not mit auch im fall legen und setzt dann an drei leben ist auch müffi köln als der brief nur ein lege aber die als echten wie es was das jährige angeht mit dem ich bitte anmerken und die bei logia die ja jetzt gefeinert haben keine test keine wies das ist ja auch die wies verzeihen die nicht ja ich habe alle voll dv aus aus und die faust hat nur lamus vieren den spiel damit eine gerade kapieren soll hat genau kaffee zitrum oder so keine ahnung warum wir haben sie drüber lebt aber ja genau für die gerade herrn ich habe die ich glaube als man level ab macht dann nützen das hat und dann ich glaube aber es kommt zwei abgeben die die mensch an schossen das andere lässt sich viel zeit warum macht rade gerade im boden arena mit das war der schaden war armin ich kann ich denke sich hat ja die teil in gates ich glaube herr war es der schwächste top vier mit wie es überhaupt gibt da war es ganz nah ist bei drei monstros genommen ja ich hatte den guten anbieter aber nochmals nehmen noch mal zurück zu kommen die hat ja beim ersten mann auf die ersten zwei trainer komplett verkackt kann man so sagen festhalten und dann ist er ja ab durch die decke hast du schon einmal gemisst nein die besten momente mit sandy wir sollten aufhören die subs zu machen nein ich habe ja aber das zieht halt zurzeit von pränen und jetzt also das so ist ab dass es sollen ja das monst breit mit daumen zeigt zu stolen was die wohl lieber über das wort mit ich will dass man nicht ich will nicht dass das mitkommt auch hart ist ja das wird aber wir haben so muss wo man sagen muss wenn die hat nur zwei von dir dabei moment aero auf jeden fall wieder war klappt von dir die hexe noch mit also sonst doch von mir kap an sonst ihr wollt was du nicht ja ja genau gestern ist auch wieder 43 ich habe bei dem sagt nicht auf andere geachtet nur auf den und der trifft einfach alles was der champion muss überlegen der hat schon rosa rader togelkiss ice punch ok kripo kann er aber nicht treffen habe ich das aero dabei kripo wurde von zweimal gewonnen habe ich mit dem krit gewonnen in meinen frühen ist habe ich mich gegen karpuk immer mit gar das war die die auch wenn ich um die tanz spieler und das war es ist auch ein langweiliges morgen was nein nicht deswegen die ersten langweilig von bei exelie wenn du die mal so ganzen auf youtube ein paar nassdocks ans haust die studie das weiter zweiten nassdocks garados das also langweilig es ist ein stark ist aber auch jetzt noch mal zum anmerken mädchen war das einzige mann was bei allen mit kam und dazu muss man sagen dass man was bei allen mit kamen hat von lokalio entweder und specks oder in die band bekommen und hatte sowas wie bulk up oder kolmein übrigens ihr dürft auch uns wieder hoch heilen als mit bläbern und so ja ja ich meine aber gerade rei weil rei hatte nur noch so ein pokémon oder so der felshof hat weh getan ein status status die die boden oder rock oder wie auch immer für mich gerade aber ganz oben das einzig nervig ist jetzt das ewig lange dauert sandsturm dann was er ist echt nur so wenig beleber das ist ein bisschen da werden ich habe auch noch stehen mit auch ich auch er glaubt dem belieber stehen top tränke bei überheiler und sich doch mit kappen und öffnen abwechthemen auf das bei welchem man ist er jetzt bei einem vorletzten bei grönen ja bei dem weil ich ein geheimnis verraten das ist schon bei der anderen konferenz die beiden gesagt habe ich konnte das ding gar nicht weg dritten weil ich es getötet habe du musst nun konnte ja dann wirklich auch jetzt ist ja nicht gerade auf dem ich muss sagen ja ich bitte eine version sieht nicht schlecht aus das macht aber keinen schaden nein das kreis das war das franken will von rione wieder weggekürtet werden er wollte ich doch schon dieses season ja ich meine hier auch in dem wenn du das so würdest wenn du und Döhm, die in die Playoffs kommen du hatt den Run gemacht wurdest du weggecritet? nein, hat er doch grad gesagt so, ich hab nicht zuhört was willst du sagen, dass ich und Döhm, die in die Playoffs komme? ja, und du deinen Infantriehohn ja wieder weggecritzt wirst ähm 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 Level Up für Lugia Pogas Pog, übrigens ist immer noch so, ihr dürft, wenn man Level Up macht und diesen neuen Muff lernen will ich darf dem nicht beibringen also und ihr dürft keine X-Items und ihr dürft keine X-Items verwenden oder T-Tems oder Bälle ihr könnt ihr hier ausgesehen oder speziell defensiv was? es hat 100 Treff 100 Treff und irgendwas mit 40 Treff das ist defensiv ja, das ist mit 50 Treff, Mann Sengi durch die Gruppe und jeden abbreit geschlossen ich wollte grad fragen ist aber nicht irgendwie hm äh äh ist doch fast jedes äh ne, ist doch fast jedes äh Bodenbund wird physisch defensiv oder nicht ja 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 äh äh r r r r r r r r r isso r r r r r des fonds und leber und gleich keine mehr und ich habe noch 32 minuten by the way ob wir es wohl noch zu schaffen werde ich würde selber 32 sekunden also wenn ihr hier kommt seit nur 32 sekunden dann ja viele sondern wird gescannt ja wie du komplett seit noch mal sonst umfassen toxik faden wenn niemand sagt eigentlich durch laufend sterben ja vielleicht wahrscheinlich wieder voll ist sex aus der zentrale hier sind alle die maus können nicht durch toxik sterben wenn man damit nur umläuft und dann kennt ihr den moderator der das wiederholt was der andere moderator gesagt hat wenn das was gesagt vor 100 minuten jetzt war echt gut und tut mir leid dass ich wieder überhört weil ich habe gerade nur bloß gesehen dass ich gebringt wurde wollt ihr auch mal live dabei sein dann kommt er auf die sp l übrigens ist dann jetzt mit seiner boden top 4 durch alles deutsch ja das war besser als deutsch aber ja besser als deutsch von hori als von daher ist alles gut du bist griecher deswegen ist man das schwierig alles in deutsch problem mit ursachen ist halt der mit toxik ob der frist halt übertränke na ja genau mit dem flair blitz fickt dich ich hab grad gedacht ihr wollt was zu toxik sagen hab ich gerade auch genau immer liebst du ich wünsche das kleine prio ich freue mich schon auf wenn wir 50 trennen machen und sogar mit diesem sound zoomt ja da ich meine dass sie noch zwei belieber hatte ja ich glaube glockenboy und weil und ihr wie weil hat sich nicht eher wieder geheilt ja ich habe noch zehn jetzt die lösung zu den monstern gestorben ja es ist ja jeden kampf 1 nur hier ist gestorben und nicht gewöhnt das war wichtig naja keine ahnung wo aus dem bau hier vielleicht doch vergeben sollen das ist gefühlt dass ein fixe man was nicht auf der hat ja ich habe nichts dagegen aber jetzt kommt die Panfernerwein jetzt kommt die Panfernerwein ja das widest du es nicht trotzdem oh ja oh der Finch ist wichtig oh mein Gott oh 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 Was? Nein. P'anferno. Wuhu! Wie das rät jetzt? Immer noch bei Feuer. Ja. Hier ist Feuer und Flamme. Hier ist Feuer und Flamme bei dem Mon, was gegen Sima Rainlands eingefatzt hat. Ja, true. Ah! Der Druchtsuki! Oh nein! Warum? das ist doof er sollte doch nicht schlecht das war ein crit so das war ein crit was ist das für die kraft zu dieser welt sagen wir seit wir es aus sind wir so nett und sagen dass die vielleicht effektiv sein könnte er ist sie aber nicht das ist ja nur lügen wollen wir nicht ja also nein wenn dann machen vielleicht naja ja na klar oder gutes hätte nicht eher luftschuss würde gekillt als durch die luke hat kein keine tech werte deswegen ist tank zwar macht aber mit hören keinen schaden okay jetzt haben wir eine sendepause da können wir ja kurz erwähnen was die anderen dabei hatten ach so ja ja kannst du dich machen ok ok dann sagt okay ich sag du kanio hatte dabei die hexer wie großer ring damit seid ihr beide die einzigen die ozering dabei ist ob erdbeben oder fassade mehr machen ok das interessiert euch nicht und die anderen dürften folge 1 schon geschehen haben wenn wir alle verfolgen also werde ich nicht weiter erwähnen ich mag die animation von erster feld und nicht irgendwie an brand sand weil da so laba aus dem boden geschossen kommt ja ich hab glaube ich noch nie die animation von brand sand gesehen echt nicht ich hab das immer nur in sd gespielt echt vieles brand einfach nur für so heute bitte im waldrot da kommt ein bisschen wind das funktioniert auf alle faden von sandkörnern das hat er dann eingesetzt ist so lachstrahl auch aber wenn man ein mond zwei beleber und ist jetzt beim letzten top vier genau das sieht schlecht aus ja ja ok es ist zwar weiter aber ich hab aber ich bin halt von items irgendwie besser ja hori soll es eigentlich nicht zusammens durchsetzen ja hori ey warum sag ich immer hori ja ganz am anfang habe ich euch auch immer verwechselt weil ihr euch irgendwie gleich gut angehört habt ich kann ja nochmal die geschichte von ray erzählen wo ray sich das erste mal entmutet hat im talk habe ich gefragt ob es sandy ist ja ja und ich glaub irgendwer hatte irgendwas was du hat er mal zusammen gefragt ob es ray war ja war auch nicht so lange her ja bei sandy hab ich gefragt ob es lucario war äh btw habt ihr noch ca 23,5 minuten ich glaub bei ray ist wie das Bild eingefroren warte was ich überleg gerade 23 minuten 15 habt ihr noch hier ist galoppa schneller als hmm hm 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 glaubst du hat einen Ursaring? Ja, wie viel? Wie viel gedenkst du dort Ursaring? So im groben. Keine Ahnung. Cool, soll ich dir mal sagen? Was machst du da, Ray? Ja, mein Sybil ist wieder weg anscheinend. Nee, ist er wieder da. Und deine Maus ist wieder im Wild. Ähm, das ist nur ein Speed, also. Ich würde sagen, ob ich viel Speed das Teil kommt. Ähm. Wenn die hat wirklich viel dabei. 551 Speed hat mich sagt man auch mit. Oh, Loll, Sonntag. 1. Level 69. Oh, ey, Crack, meine Aquawelle macht jetzt wenig. Oh. Ey, da ist auch mutig mit zwei Pokémon in den letzten Top 4 reinzugehen. Du hast doch noch einen beleben, oder nicht? Ja. Nein, wird gar nicht mehr gehen. Ich hab, ich hab einen. Ich hab noch einen. Ich sag ich doch noch einen. Okay. Der Währung ist safe. Okay. Schade. Das ist ein Lars-Strahl. Okay. Ist das jetzt mit Bändel zu Vival rein? Nee, Liveport. Glaub immer noch, ja. Hm. Und zur Not kann Vival ja immer noch drin. Ah, nee. Genau. Wart mal. Nee. Findest du nur noch cool, wenn Vival Techniker hätte? Jetzt musst du da regegen die Küchen geläte an. Weil den Kopf geläte. Ah. Ah. Danke, wenn die Witze mal, alter. Ach, naps. Wir sind doch mal neu. Ja. Hm. Ich hab so ein Lars-Strahl gemisst. Wart du Lars-Strahl können müssen? Hast du Glenn Puder from you? Oh, naps. Alter. Sondern lackt sich wie die Küchen geläte. Der Duel. Das lebst du. Das lebst du. Bitte. Das Kareen Grey ist eigentlich auch die Crids-Phase, wenn du... Das lebst du. Äh, nein. Nein, du bist nicht. Okay. Und jetzt Crids. Crid, 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 Crid. Ja. Okay, das ist leichter auch so. Oh, okay. Das war nur wow. Ähm. Glittertoppie auch durch. Ach, gut. Ach, gut. Eutostoff für Fan Plus, den zweiten Topf vier ungefähr 20 Minuten. Ich hab gemisst klickt. Oh, tut mir leid. Hm. Geht auch safe und die Sprening und nicht. Der richtige Psychic. Hoffe ich. Das ist immer. Äh. Okay, spukbar ist das aber glaub ich sonst. Nee. Nee. Wenn du siehst, wenn du siehst, dann bist du nicht. Freunde von WieBow. Ich hab' gar nichts. Macht ja, keine Ahnung. Hm. ich weiß nicht wie bei nur amt leuchte ok es macht und wir haben die ganze Zeit die Welt er hat das Brunson ich meine was 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 das hat gesagt wird ist Brunson für irgendwas dabei nein ja ehre ich dir was dabei warum hattest du song mit dabei dass ich halt ein defensives monat ich habe meine wette verloren ich habe vorher gesagt rei wird zu 100 prozent luja mitnehmen stimmt hast du was auch gesagt keiner wird hame mitnehmen und weil er ja gestern hat aber keiner schämen mitnehmen bei der letzten freunde ich habe ja schämen hat halt wenn schnitt was hat kein guter flug ist und samenbomben und der mietlose zackgäsen alles ja das ist ein blutow ja aber gegen was willst du das drücken die feuer am an ok ja 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 ist doch schön ich bin mir noch etwas sagen man kann sagen dass er sich jetzt auf jeden fall eher zeit lassen sollte weil jeder fehler jetzt das spiel entscheidend ich hab sowieso verloren weil ich nicht mehr genügend Highlight im Saar bitte können wieder sprechen man muss sein Glauben du kannst jetzt noch flinchen mit Bistar flinchen weg genau ich wollte fasten oder so wievall hat Lust ein guter Dark Step hey, würdst du lieber Nockley geben? ja, Nock hat 20 Grad stärker ja, deswegen hat er nicht hat er nicht das glaub ich nen Getschen gar nicht mehr so gut und dein bester Dark abgesehen von Dings ja, das ist ja, das wirdisure recht ja, das gibt es nic nock ist seit wirklich Fort Shop also next white nur den hat er erst seit van 7 und deiner komplett nice less der zum 10 basepunkte stärker aber eine hohe ist ja wir machen das doch so dass das geld war jetzt erfahrt hat darf sie doch ein spieler verwenden sie verliert aber auch geld verloren ja deswegen ja eindeutig können sie es noch mal versuchen ja das machen ja das stimmt es ist doch ist ja bitte die halle gut 1 jetzt hat nicht mehr jetzt hat er die Rehreinwürde auch hier ist er vor Ort mit anderen oder ein jetzt wird sondern über also nur noch ein Punkt vor durch noch zwei von mir hat noch zum solar und von habe ich gerade gemacht ich weiß ganz genau worauf reiki überlegt gerade zu gehen ja sind 50 prozent von das klingt nicht gut die frage ist ob er gemacht als ich erwartet hatte bedenke du hast keine dv auf dem mann hatte ich ein bisschen mehr von dir erwartet aus dem ist der 5 level über die stream wieder hängt gerade ganz spannung bei rare zeug in dem nicht mehr zeigen was da passiert genau natürlich ach okay das was lief gelaufen die ein zeit des dings durchgekommen nein er ist nicht mehr verwirrt warum auch immer und jetzt halte ihn ich hasse mein leben ich habe 29 prozent kaffee jetzt so schnell erlangen ich die zeige nicht mehr war oder um einen genutzt natürlich ja ich wüsste wie du dich steckig hält nicht gelebt aber ja es ist mir jetzt auch egal genau ich glaube das fehler war es auf die top 3 zu gehen nicht auf die übertränke ja wie oft wollte es noch sagen ich hab's kapiert das wurde direkt nicht mehr geschrieben ok cool ähm ja die Minusse Spetsch na dann, ja, gut ähm, das hat die nicht drin und zwar ganz schön um der ecke ja bitte wie noch 7 halb minuten also ja ob wir schaffen wir das jedes mal dass die zeit genau passt weil wir gute matte sind gegensatz zu lukario und der bekommt gerade nicht den drop oder doch hat er die linie klipp psychik und er war ja mal ich glaube die zeit ich war immer two shot und mit dem drop ist okay das ist gay m mitgliedert sie denn mit kruppok naja Adi mit Koppok Naja, ich muss fallen Ja Ähm Hat keiner Schwächer Das stimmt, außer Fee, aber VX Warte, ne überlegst du ne Liebe Eine bessere Tracke wäre Wäre halt Ja, aber ja Lüften halt nicht Er ist schneller, oder? Ja Du musst auf Energieball hoffen Ja Schade Ja, schade Ja Doof gelaufen Sie kann nochmal neu anfangen Sie kann nochmal neu anfangen Aber sie hat nur noch 12 Minuten 10 Minuten 47 Erhütet Hier Hier dieses Video einfügen Was du Karrie heute im Jam geschenkt hat Ich weiß gar nicht, welches Nein Ähm Komm schon Sandy Bist du der Erste, der den Jam schafft Ah Bis weiter Ja Ja Ich glaube wir sollten nächste Season Bonus Punkte Äh Verteilen, wer den Jam schafft Das ist immer noch Äh Dass sich die Leute denken, ihr habt mir versuchen es trotzdem noch Oh das macht Oh das war gut Oh das war gut Das wir quasi sagen Ja, wer den Jam schafft, kriegt 3 Punkte Wer ihn nicht schafft, kriegt nur 2 Mh Nein Wie in Tordifferenz Das die Die Killmonds halt so eine Tordifferenz ergeben Ja Ja Also einfach dann Killmonds Ja Ja Killmonds Oder so Ja Ja Bei Fami wird es nichts zu machen, falls es überhaupt eine nächste Season gibt Bäh Wir wissen wer dabei ist Ja Wenn ihr werdet es eine nächste Season gibt, gebt einen Daumen nach oben Danke gut Äh Und abonniert auf jeden Fall und direkt dort ein und ich schreck jetzt Wir müssen auch Gyros kaufen gehen, also vergesst den Clickbait nicht, Jungs Redelt Ja Abdeck deinen Gyros Oh mein Ja Ja Das hört du aber auch Ja 100 Cent Spies LOL Guckt jetzt an, so'n Lappen Tja So'n Loser Hi Ise, lol Ich hoffe mal der Crit hat nicht gemerdert Ich glaub der hat gemerdert Wahrscheinlich schon Der müsste gemerdert haben, weil ich glaub ich hab's nicht gewonnen hättet Also Lugier hatte auch keine spezielle Angriff Ja 90 Und es wird das gar schon beachtet Ja Ähm Ja Gute Information Oh Lugario ist an grad schon gescheitert Ja Ja Lappen Ding Äh Was denn auf? Ähm Ja gut Ähm Und sonst wird es vielleicht nicht das smarteste, wenn der was Armbom hat Aber Die physische Defensive von Milotrix ja nicht gut Ja Äh Äh Das stimmt Ja Das sollte Obwohl ich den jetzt mit Thunder Punch rausnehmen werde, vermutlich Ja 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 Ich bin nicht mehr in dem Kampf Ähm Nur Vertraue wäre nicht schlecht gewesen Ja Aber ich Also hatte ich auch so gehandelt denke ich Da ist Punch Man eigentlich weiblich Hmhm Nein Gleich geht eine Gender-Diskussion los Dich 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 Das Elektrovirus Dich 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 Nein Habe aus gesehen B gedrückt Nein Hast Du gut gott Ich hoffe Du bist gefeust blockt Nein Bif Dich 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 Nacht Dich 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 bye Even Dich 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 Wash Dich 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 für Sondern sondern entscheidet dann du kario ja ja natürlich genau in top genesung range ich bin ein Kaffee ich hätte ich lieber nicht gekriegt hat es ist ein HB er kann sie nicht aber noch mal aeroplasten m ein Koppel und blaupt mehr auch er verwendet den Eter das war 2 sicher ist sicher okay Sandy du musst dich bei einem Ray hold auf so als wird Ray jetzt in wieviel Minuten zum Clam kommen ähm 5 Minuten 15 ja als wird sie das schaffen also na also es ist halt nicht möglich glaube ich also die nutzt gleich einfach die Besitzer aus die HP Bar dauert alle HP Bars unterlaufen zu lassen komplett von voll dauert wahrscheinlich 5 Minuten Ray macht den Voltridge auch wenn er nur in Perl und Platinum und äh die waren genial und das hängt mit uns damit ein höheres Level bei Ray mhm ok heißt also die One Fottet mehr und werde mir so einfach One Hitted oder so ach rat mal wie viele Top 4 hat sie jetzt schon geschafft und ja ich hab absichtlich Ice Beam gedrückt gegen Lucario weil der sonst wieder in Top Genesung Range gekommen wäre und der so jetzt und der so jetzt in äh Luftstoß Range ist wir fragen doch gar nicht so bedanke dass du das unserem Zufuhrer entfährst jetzt müß ich nein ok an Luftstoß ja ich glaube es hat 95 genau ich kalte danke so ein Fall ich bin das Nachfolger auf hier keine Luft natürlich überlebt er wieder mit einem ich glaube es wäre doch wieder auf Luftstoß gegangen genau ich habe keine Top Genesung hat die I don't know mehr als eine safe ich glaube es sind ja zwei oder drei ja warum hab ich zwei Top Tränke ich hab keine gekauft hm I don't know ich hab zwei Top Tränke aber ich hab keine Top Tränke gekauft ganz feind hast du doch Top Tränke gekauft eigentlich nicht weil er hat ein hack aufgelöst hat so Ray gewinnt wait der hat keine Top Genesung eingesetzt gut 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 jetzt gefällt der ist jetzt auf Heiko den overkin oder wenn es sein gewesen ja wir hätten dem man IQ mit geben soll das sie müssen können ich spiel das hier safe runter macht euch mal keine Sorgen oh aber wie war ich dass du safe runter spielst die Zeit neu wollt oh 2 Minuten 55 wie ist das jetzt kritisch zwei Monze in der Zeit zu besiegen ja ich ja ja das geht aber der deit doch oder der lebt doch näher an Luftschuss auch mhm Rosarad hat ein gutes ja Rosarad hat ein gutes Bedef ja ähm das Bedef der Spukmann macht nicht so viel ah 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 was ein Lady No ah äh ähm ja hast du für einen Stoß gemisst nein ich habe gar keine Attacke gemisst nein ich habe gar keine Attacke gemisst hast du schon eine Heiko? nein gar keine bisher noch keine einzige Attacke gemisst sondern Hext sich durch ja so wie immer Hext zu als wäre es einfach Hext zu treffen ja aber gewissen naja wenn du ganz so sie mal Heightwood immer triffst irgendwie das sind 20% äh äh müssen jede fünfte davon muss also hm wie viel Zeit wie viel Zeit? äh 1 Minute 45 oh my god du hast aber Probe oh Crit nein Wichtiger Crit hm aber wichtiger Crit ja ja tatsächlich schon ich denke äh den Kitzeln trotzdem nicht mit einem äußeren Eisbeam ja wenn die muss ich auch noch denken ist halt hier halt die Klappe ja ich dachte ich bin ich grad so alter halt Small Web geh weg äh ist das Top Geneser? ich gehe ja gut der hätte eh nicht so viel gemacht der hätte nur Zeit genommen ja also nein nein tu mir das nicht an oh wie wäre es für die Front Tesseln für App nicht? die Zeit hm hm 1 Punkt 50 Minuten ey Sekunden alter hm 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 ich hoffe sie hat noch ne Top Genesung was? kommt aber nicht in Range aber der nächste also aber der nächste also ah doch der nächste also gilt nicht hm 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 ja doch safe keiner ja ja oder ich kann nicht mal zonen da und so lange ich glaub du schaffst das nicht ne oh schwierig alter fit 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 ähh wie ist es irgendwas 2 3 4 4 5 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 3 2 1 3 2 3 3 1 4 4 4 5 5 5 5 4 5 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 6 5 5 5 5 5 6 5 6 6 5 6 7 7 8 8 8 10 10 10 11 11 11 12 12